Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen den Prozess erläutern, von der ersten Suchanfrage bis zur Einblendung Ihrer Werbeanzeige. Als suchende Person habe ich zunächst einmal ein Bedürfnis und dieses gebe ich in die Suchmaske von Google ein. Das bedeutet gleichzeitig, wenn das die richtigen Suchbegriffe sind, dann besteht potenziell die Chance, dass diese Suchenden Ihre Kunden werden, wenn Sie das Bedürfnis der Kunden mit Ihrem Produkt abdecken können. Bedeutet, Sie als Werbetreibender geben in Google AdWords Schlüsselbegriffe ein, die zu Ihrem Produkt passen. Und wenn dann eine Person sucht und ein Bedürfnis hat und die Schlüsselbegriffe, die Sie als Werbetreibender für Ihr Produkt hinterlegt haben, wenn das beides zusammenpasst, dann wird die Werbeanzeige eingeblendet. Sie können zusätzlich über verschiedene Parameter die Anzeigen weiter aussteuern. Beispielsweise könnten Sie die Anzeige nur zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten schalten und auch nur in bestimmten Regionen. Das heißt, Sie haben in Google AdWords die Möglichkeit, Anzeigen sehr zielgenau auf Ihr Produkt zu schalten. Und wenn beides jetzt zusammenkommt und Ihre Anzeige tatsächlich geschaltet wird, ist das auch zunächst kostenfrei. Das bedeutet, die Werbeeinblendung kostet Sie zunächst kein Geld. Nur in dem Moment, wo jemand auf die Anzeige klickt und dann auf Ihre Website gelangt, bezahlen Sie Geld. Und dieses Geld, dieses eingesetzte Budget, können Sie frei definieren, indem Sie ein Maximum an Tagesbudget festlegen. Und dementsprechend haben Sie auch eine Kostenkontrolle bei Google AdWords.